Herzlich willkommen zu unserem Videopodcast Nachtortkontakt und wissenschaftliche Hypothesen von Dr. Rea Humiana-Stapel Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass ein geliebter Verstorbener Ihnen ein Zeichen sendet? Bleiben Sie dran, um die faszinierenden wissenschaftlichen Hypothesen hinter diesen Phänomenen zu entdecken. Hinterbliebene berichten weltweit von spontanen Nachtortkontakten, unabhängig von Kultur, Religion oder Alter. Diese Kontakte werden oft als beruhigend und positiv empfunden, doch viele zögern darüber zu sprechen. Warum? Die Angst für verrückt gehalten zu werden ist groß. Wissenschaftler haben drei Hypothesen entwickelt, um diese Phänomene zu erklären. Die erste Hypothese, Nachtortkontakte sind nur Halluzinationen, verursacht durch Trauer oder mentale Unausgeglichenheit. Doch diese Hypothese wird durch Forschungsergebnisse infrage gestellt. Die zweite Hypothese, das Bewusstsein bleibt nach dem Tod bestehen und ermöglicht telepathische Kommunikation. Diese Hypothese stützt sich auf die außersinnliche Wahrnehmung von entfernten Ereignissen. Die dritte Hypothese, Nachtortkontakte sind objektive Phänomene, die in der physischen Welt stattfinden. Sensorische Phänomene wie visuelle, auditive, taktile und olfaktorische Wahrnehmungen werden untersucht. Irrende 30 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von einem starken Gefühl der Präsenz der verstorbenen Person. Diese Präsenz wurde oft als eindeutig und lokalisiert wahrgenommen. Visuelle Wahrnehmungen reichen von nebligen Silhouetten bis zu festen, lebendigen Erscheinungen. Diese Erscheinungen können überall auftreten. Im Haus, im Freien, sogar im Auto oder Flugzeug. Taktile Wahrnehmungen wie Berührungen, Umarmungen oder Küsse sind ebenfalls häufig. Mehr als die Hälfte der Befragten empfanden diese Berührungen als vertraut und typisch für den Verstorbenen. Auditiv-Wahrnehmungen wie das Hören der Stimme des Verstorbenen sind ebenfalls weit verbreitet. 88 Prozent der Befragten konnten die Stimme klar von alltäglichen Gedanken unterscheiden. Olfaktorische Wahrnehmungen wie der typische Duft des Verstorbenen sind ebenfalls häufig. Diese Gerüche können Parfüm, Tabak oder sogar der Körperduft des Verstorbenen sein. Wissenschaftler empfehlen, das Bewusstsein für diese Phänomene zu erweitern. Dies könnte den Betroffenen helfen, ihre Erfahrungen besser zu verstehen und zu verarbeiten. In einer Studie wurden 991 Fälle von Nachtod-Kontakten analysiert. Die Ergebnisse stützen vor allem die zweite und dritte Hypothese. Viele Teilnehmer berichteten, dass die Wahrnehmungen sich deutlich von normalen Gedanken unterschieden. Die verstorbene Person wurde oft als wirklich anwesend wahrgenommen. Verifizierbare Informationen wurden oft durch diese Kontakte erhalten. Dokumentieren Sie Ihre eigenen Erfahrungen, um sie besser zu verstehen. Notieren Sie, wann und wie Sie den Verstorbenen wahrgenommen haben. Dies kann Ihnen helfen, die Botschaften besser zu interpretieren und Sicherheit zu gewinnen. Bleiben Sie offen für die Zeichen Ihrer Lieben und erinnern Sie sich, Sie sind nicht allein. Liebe überdauert den Tod. Untertitelung des ZDF für funk, 2017